Zehn Pieper. Ja. Das waren schon ein paar? Ja, das sind ein paar unter mir, glaube ich. Ja, alle. Habste? Ne, das sind noch ein paar. Achtung, Achtung! Die waren jetzt alle auf... Die sind jetzt alle an einem Fleck gespawnt. Ja, ja. Da muss ich auch nochmal gucken. Normal sollte die perfekt ums Gebiet sind, aber...